hoffentlich reicht es hier das gefühl es wird nicht reichen die war tja das nächste mal ist reich so und es hat tatsächlich gereicht ja, was machen wir jetzt das ist jetzt ein bisschen blöd weil wir müssen jetzt hier auskommen und ja, ich glaub ich mach mir hier erstmal so so einen Eingang so eine kleine Höhle so einen Unterschlupf erstmal so einen Unterschlupf für die ersten paar Nächte bis mein Haus komplett fertig ist dann kommt hier erstmal so alles Wichtige rein und dann kann hier später noch so eine Höhle oder irgendwie so ein Abstellraum entstehen keine Ahnung aber ich glaub es ist besser als jetzt die ganze Nacht draußen rumzulaufen und zu sterben mehrmals so, äh, 1,2,3,4 so, ja, hätte ich mir auch denken können und es gibt gleich auch Kabel mit das ist auch so, ähm verdammt boah, das ist echt schlimm wenn man so durch die Tür guckt und dann auf einmal so ein Zombie von Weitem reinguckt denkt man, der hat einen getriggert so, haben wir auch schon die Höhle au das hat nicht ganz so geklappt wie ich es mir vorgestellt hab so, die Schaufel ist fast kaputt und ich hab, äh, und ich kann oh, wow boah der hat oh, du hast mich erschreckt du verdammt Viech so, jetzt hab ich aber Knochen auch ne tolle Sache so gut, dann sagen wir mal Ofen ähm ich hoffe Schritte so auch ganz schlau mich da jetzt so hinzustellen so das ist mir jetzt aber ein bisschen wurscht oder auch nicht wow ich hasse dich oh, nein oh, das gibt's nicht das war gar nicht schlau mich da hinzustellen oh, und jetzt wird's Tag ich seh's doch schon toll hätten wir auch den Creeper gleich noch reinlassen können hätte er uns, äh, die Höhle ausgehoben na gut ein O-Slot zwei O-Slots okay war leider kein Fisch ich habe leider keinen Fisch und was ist hier? merke ich mir Au 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 Geh weg Creeper 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 Ah, geh weg blöde spinnen blöder creeper blöde spinnen blöder creeper blöder skelett so habe ich alles nicht wirklich auch toll jetzt habe ich mir eine tür gebaut und die habe ich jetzt mehr fies blöder creeper muss ja auch unbedingt in der ersten nacht passieren sowas ist immer ärgerlich aber gut davon lassen wir uns nicht abhalten minecraft zu spielen die wegspinne ich mag den blick nicht ich dachte schon die weg bank haben wir auch nicht mehr kurz gucken ob nicht irgendwas hier um ist gut neben noch eine tür bauen so ne fackel haben wir auch verloren glaube ich ne fackel haben wir auch verloren das ist ja toll total frustrierend komm her so ich will mir einen Bogen bauen nächste Nacht kann ich mir sogar einen Bogen bauen das ist ja auch ja gut hat auch seine Vorteile zu sterben ne eigentlich nicht so gut dann laufen wir mal 1984 boll windows f bast Cert komm her komm her komm her komm her komm her komm her so gut, da hat man nun ein Ei gelegt au blub Ei, hab ein Ei so, wo können wir sonst noch Sachen sammeln, da hinten normale Bäume weil seit der 1.2.4 gibt's jetzt auch verschiedene Bretter also mit verschiedenen Farben jo gut so jo, ich kann ja mal kurz was zu meinen Plänen erzählen die Pläne für mein Haus für die Gestaltung des ganzen Rests und so und zwar möchte ich wie gesagt eine prunkvolle Villa also ganz viel so riesig mit auch Redstone-Leitungen und sowas halt also schon groß das kann allerdings dauern deshalb nehme ich mir erst mal kleinere Sachen immer vor also so schrittweise nicht immer was anfangen und dann oh, Idee äh, liegen lassen und das äh, anfangen ne, äh, das alles dann im ganzen durchziehen also eine Sache durchziehen dann zum nächsten und jo so und hier nochmal können wir uns ein Bett craften so haben wir's können uns ein Bett craften die Landschaft die Landschaft hier ich, ich liebe diese Landschaft da kommen mir sofort einige Ideen mit dem Dschungel hier Baumhaus Berge Berghaus mit so hängen hängenden Dörfern oder sowas äh so Himmelsflösschen nein ich mach niemand nach ne ähm so Landschaften mit ganz vielen Blumen so gerade so eine Farm mit so einem selbstgebauten Dorf sowas das kommt mir immer so äh wenn ich durch die Landschaft gehe in der Wüste könnten wir noch so Pyramiden bauen aber gut äh lasst uns äh